Hallo und herzlich willkommen bei unserer Mitmach-Sendung Volksinteraktiv. Und ich weiß, das Wetter heute ist wunderschön, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, vor dem Fernseher sitzen zu bleiben. Denn ich habe heute zwei, genauer gesagt drei Gäste bei mir im Studio. Jetzt kommen gleich zu mir die alten Casanovas, der Jürgen und der Ecki sind da. Und später in der Sendung auch noch eine ganz tolle Sängerin, die Melanie Bayer. Ja, also bleiben Sie dran, gleich sind die Alpen Casanovas bei mir. Und mein Name ist Lisa-Maria Überbacher und ich freue mich, dass ich Sie durch den heutigen Mittwochnachmittag begleiten darf. Ja, und ich habe Sie ja schon angekündigt, den Jürgen und den Ecki von den Alpen Casanovas. Und jetzt sind Sie bei mir im Studio und ich freue mich, dass ich Sie jetzt begrüßen darf. Hallo Ecki, schön. Hallo Lisa, freut mich sehr. Und hallo Jürgen. Vielen Dank Lisa für diese nette Einladung hierher zu VolksTV. Wir sind deiner Einladung gerne gefolgt und haben unser brandneues Produkt mitgebracht. Unsere brandneue CD. Die neue CD. Und die gibt es heute zu gewinnen bei uns, oder? Die gibt es selbstverständlich heute hier zu gewinnen. Und ich glaube, dass sie wirklich war hörenswert. Ja, haben wir die schon hergezeigt jetzt, ja? Jawohl, so sieht man sie gut aufgenommen in den Hinka Studios in Sinawul-Kirchen. Das brandneueste Tonstudio Österreichs. Und ich glaube, die Qualität, wenn man sie hört, überzeugt. Okay, also das ist ja eine richtige Einladung, wenn Sie eine CD von den Alpen Casanovas gewinnen wollen. Ich habe Sie hier bei mir. Sie können gerne anrufen. Die Telefonnummern sind Sie natürlich während der Musikvideos eingeblendet. Ja, die Alpen Casanovas, kernig, frisch, echt kärntnerisch. Da bin ich gespannt, was ihr noch zum Erzählen habt. Und ich hoffe, Sie zu Hause auch. Bei uns gibt es ein bisschen Musik. Und dann erfahren wir gleich mehr über die Alpen Casanovas. Ich habe sie hier bei mir und vielleicht ist sie schon bald bei Ihnen zu Hause. Die CD von den Alpen Casanovas. Die können Sie heute gewinnen. Ja, also wenn Sie möchten, können Sie gerne anrufen. Und mit etwas Glück, die hat die CD dann Ihnen. Ja, kurz haben Sie Sie schon gesehen, die Alpen Casanovas, der Jürgen und der Ecki heute bei mir. Wir müssen jetzt mal erzählen, die Alpen Casanovas. Wie sind denn die entstanden? Die Alpen Casanovas gibt es jetzt schon das 20. Jahr. Also ich bin eigentlich der Letzte der Formation. Das 20. Jahr? Das 20. Jahr. Also du warst noch so, wie die Alpen Casanovas. Ja, also den Führerschein habe ich noch nicht gehabt. Da müssen wir noch chauffieren lassen. Heute sind wir mit großem Bus und Hänger unterwegs. Ich bin das einzige Mitglied, das übergeblieben ist von der UR-Formation. Und ja, im Laufe der 20 Jahre hat sich viel getan, habe viel gesehen, viele nette Menschen kennengelernt, vieles Neues dazugelernt. Ja, und so sind wir jetzt im 20. Jahr in einer Quartettbesetzung und sind eigentlich sehr viel und gut unterwegs. Ja, ich habe, wir haben ja auch da das Foto von euch. Also wir sind da dich, den Jürgen und wer sind die zwei Burschen? Am Schlagzeug, das ist unser Patrick, der auch noch mehrere Instrumente sonstigen spielt. Und natürlich unser steirischer Spieler, der wirklich voll aktiv auf seiner Quetsche, wie man es so schön sagt, Vollgas gibt und auf den Tischen und auf den Bänken unterwegs ist, das ist unser Markus Luganik. Ich habe ja auf eurer Homepage gesehen, dass ihr alle nicht nur ein Instrument spielt. Also bei dir, ich habe mir das ja aufgeschrieben. Der Ecki spielt Akkordeon mit Midi-Bass, Bass, Keyboards, Posaune und Singen tust du auch noch. Ja, und die Konferenz darf ich auch machen und durch den ganzen Abend führen und schauen, dass die Leute bei Laune bleiben. Aber ich glaube, wenn man zu viert ist, dann hat jeder so seinen Teil zu erfüllen, damit das ganze Konzept auch passt. Das heißt, so auch unser Jürgen, der heute auch Zeit gefunden hat, mit mir mitzufangen, besser gesagt, er war der Chauffeur. Du hast dich so verhört. Das war der Chauffeur. Er ist für die Technik zuständig, der auch sehr, sehr wichtig ist und natürlich auch gesanglich ist er weltisch und ein Genie. Und so hat jeder auch seinen Teil dazu beigetragen, dass wir Alpenkassonowas in dieser Formation gut gebucht und fleißig und gerne unterwegs sind. Und in dieser Formation gibt es euch seit? Ja, jetzt das fünfte Jahr. Das fünfte Jahr. Das fünfte Jahr. Noch kein Ende entsiegt, oder? Also es schaut sehr gut aus noch die Zeit. Schaut gut aus. Oder was sagst du, Jürgen? Ich würde sagen, solange es uns Freude und einfach Spaß bereitet, braucht man das mit Freude und dann soll es gehen, solange es einfach gehen soll. Das ist die richtige Einstellung. Bei dir habe ich auch gelesen, Keyboard, Schlagzeug, Gesang, Solo-Gesang und Solo-Gitarre. Wie kann man denn so viele Musikinstrumente lernen? Ja, das ist im Laufe der Zeit, das ist mir eigentlich auch schon in die Wiege gelegt worden. Mein Vater ist selber Musikant, also hat auch Gitarre gespielt. Und im Laufe der Zeit lernt man gewisse Sachen dazu und ja, das hat es dann so gebracht und kommt was alles zu gut in der Band, wenn ich vielseitig bin. Und gibt es ein Instrument, das du am liebsten spielst? Na ja, ich glaube, dass jeder so seine Instrumente hat, das er am liebsten spielt. Am liebsten täte ich das Instrument spielen, das ich leider nicht beherrsche. Und was wäre das? Ja, ich wäre unwahrscheinlich gerne ein Trompetenspieler, aber zu denen hat es eigentlich nie gereicht. Hast du schon mal probiert, Trompete spielen? Ja, aber eine zu Hause, ja. Und? Ja, das kleine Mundstück, da hat immer ein bisschen Probleme bei den Lücken. Ich muss sagen, ich habe es ja auch einmal probiert, kein Ton ist rausgekommen, kein einziger Ton. Ja, der Ton ist so gesehen kein Problem, aber auch das, was dann vorne herauskommt. Also bist du mir schon einen Schritt voraus, wenn du so mit dem Ton rausprichst. Also ich muss sagen, mit den Instrumente, die ich spiele, bin ich sehr glücklich und das sind auch die Instrumente, die mir gefallen. Also ich muss jetzt kein Blasinstrument machen, das soll ja eh kittun. Der hat mich auch geblieben. Vielleicht wird es noch was mit der Trompete. Ja, mal schauen, was die Zeit so bringt. Ich werde mich wirklich übermühlen, vielleicht bei unserer nächsten Produktion einen Titel mit Trompete draufzuhaben. Aber ich glaube, dass wir eh noch sehr gut mit den Instrumenten unterwegs sind. Es gibt noch andere Musikgruppen, wo ein Mann 20 Instrumente spielt. Also von Ende muss ich den Hut ziehen und es gibt genug in Österreich. Und ich würde sagen, mit den paar wenigen, die wir spielen, probieren wir halt so gut wie möglich zu bringen und auch die Leute zu begeistern. Ja, ihr seid sehr gut unterwegs. Ja. Ja, das hat jetzt wirklich neugierig gemacht. Also ich würde ja an ihrer Stelle schon gerne mal in die CD reinhören wollen. Also wenn Sie möchten, Sie können die natürlich immer noch gewinnen. Für uns gibt es jetzt Werbung und Musik und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Alpen-Castanovas heute bei Volks Interaktiv. Die ganze Wochen gibt's nur Stress, schon wieder brennt's der Hut. Aber dann, aber dann, aber dann, aber dann, aber dann. Highlander Zeit Highlander Zeit Kills und Badeln weit und breit Highlander Zeit Zum Feiern Sommer stets bereit Highlander Zeit Wenn's wohl donnert Und auch blipst Highlander Zeit Das waren die Lauser mit Highlander Zeit Und jetzt ist es soweit. Jetzt lernen wir die Alpen-Castanovas, die bei mir im Studio sind, persönlich etwas besser kennen. Ich hab zu Hause, wie ich euch schon erzählt hab, gebastelt. Das sind jetzt angefangene Sätze oben und damit wir euch ein bisschen besser kennen lernen, würde ich euch bitten, dass ihr einfach abwechselnd zieht und die Sätze beendet. Jürgen Darf ich dir einen Vortrag geben, bitte? Das ist ein kleiner Zettel, da steht hier nur eine kurze Frage. Ich mache nie Ich mache nie Also, ich mache nie Blödsinn bei den Auftritten. Also wir sind immer brav und ortig und ja Fehler war jetzt auch falsch, weil beim Musizieren, wir machst hier und da auch nicht Fehler. Also ich mache nie Fehler, war jetzt auch falsch. Aber nie Blödsinn Darf ich dich berichtigen? Einmal beim großen Kirchtag in Wien draußen ist er von der Box runtergefallen. Das war Und warum denn das? Das war Der letzte Endspurt Er ist richtig abgegangen und hat meinen müssen, er muss auf die große Passbox raufstehen und dann ging es halt vielleicht einmal zwei, drei Meter runter und dann hat er so ein kleines Blaulichtgewitter gehabt. Da hat sich dann auch mit der Rettung weggefahren müssen. Wirklich? Ist was Schlimmes passiert? Ja, es war Gott sei Dank nur geprellt, aber es war Glück im Unglück. Und eine denkwürdige Schuheanlage auf jeden Fall. Ja, also ich wollte beim letzten Lied runterhupfen auf die Bühne, auf der Tanzfläche, bin an der Habe gehupft und habe um das Gleichgewicht verloren. Bin niedrisch in das Kleiner reingeflogen, ja. Es war schmerzhaft. Ja. So einen Fehler mache ich kein zweites Mal. Also ich mache nie mehr diesen Fehler zum Beispiel. Nie mehr auf eine Box sprieren von der Bühne aus. Im nächsten Tag waren die Alpenkasanovas nicht mehr zu dritt auf der Bühne. Also nicht nachmachen. Nein, ist nicht empfehlenswert. So, jetzt bist du dran. Bitte. So, ich bin ziemlich festgebaut, ich nehme einmal den Größten. Ich denke gerade an ein schönes, kühles Bier. An ein schönes, kühles Bier. Ja, nach der Sendung können wir uns zurück... Zuhause dann das Feierabend. Zuhause dann. An das du gerade denkst. Jawoll. Ich möchte gerne einmal, ja, eine goldene Schuldplatte in die Hand nehmen. Das wäre einmal ein großer Wunsch, was natürlich ein Wunsch ist, der sich eher nicht erfüllen wird. Aber das wäre ein Ziel, wo man hin strebt und vielleicht irgendwann es sich dann doch ergibt. Vielleicht, man weiß es nicht. Wie viele verkaufte Platten? Ich glaube, das ist zur Zeit bei 15.000 oder 12.000. 15.000. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir könnten das ja oft sagen, dass du 7.500 kaufst und ich 7.500. Dann hätten wir es auch. Ja, weil wir eine Bank finden, die so einen Kredit uns genehmigt wird. Dann hat es die goldene Schuldplatte. Genau, ja. So, der Film wieder. Mal schauen, was tun wir da. Ich würde gerne Abendessen mit. Ja, da gibt es jetzt viele, mit denen ich gerne Abendessen würde. Ich muss eines sagen, mit Männern eher nicht. Dann würde ich eher eine weibliche Person nehmen. Und ich muss eigentlich eines sagen, nach dem heutigen Nachmittag, wo wir schon ein bisschen geredet und geschwatzt haben, würde ich gerne mit dir mal Abendessen. Ja, danke schön. Das ist aber ein nettes Kompliment. So, schauen wir mal. Ja, ich bin zur Musik gekommen durch. Also wie gesagt, vorhin schon, das ist meine Wiege gelegt worden. Mein Vater ist auch Musikant, der hat selber 40 Jahre, er spielt eigentlich immer noch Musik. Und das ist meine Wiege gelegt worden. Und dadurch bin ich eigentlich zur Musik gekommen. Gott sei Dank. Genau so ist es. Last but not least, der letzte. Gehen wir es mal an. Mein persönlichstes Erlebnis war... Mein beinlichstes Erlebnis. 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 Also bei dir haben wir jetzt schon gehört, was vielleicht das beinliche und schlimmste Erlebnis sein könnte. Beinlich. Es passieren so viele beinliche Sachen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, was dann wirklich das beinlichste wäre oder war, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es haben sich einige Episoden zugetragen, wo es wirklich beinlich war und wo ich jemanden, den ich schon lange gekannt habe oder kenne, mit dem falschen Namen anspreche und das vielleicht auch noch im Radio oder Fernsehen war. Da muss man natürlich schauen, dass man immer irgendwo die Kurve kratzt. Aber den Namen will ich jetzt nicht sagen. Aber das ist ja dann was, wo man auch mal drüber lachen kann, oder? Ja. Wenn man es dann ins rechte Licht drückt und man es auch geschickt macht, ist das kein Problem. Aber meinen Namen weißt du noch, dass das heute nicht passiert, oder? Anna Maria. Anna Maria, ja. Genau richtig. Lisa. Richtig Peter, ja. Ja. Spaß zu sein, ja. Jetzt haben wir die Alpenkassado was besser kennengelernt. Ich habe einen neuen Namen bekommen, also der Ecki, denn sein Namensgedächtnis ist noch ausbaufähig. Und vom Jürgen haben wir gehört, dem ist die Musik schon in die Wiege gelegt worden. Und wir erfahren natürlich auch gleich noch viel, viel mehr über die Alpenkassado was. Also bleiben Sie noch dran. Ich habe gehört, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Hallo. Hier ist die Frau Schieber aus Heufeld. Das ist in Deutschland. Hallo. Hallo. Schön, dass du anrufst. Hast du gesehen? Heute gibt es eine CD von den Alpenkassanovas. Die würde mich interessieren, ehrlich. Ist bestimmt recht schön. Die sind schön. Gefallen dir die Alpenkassanovas? Ja, ich mache alles was ihr macht. Hast du vielleicht eine Frage an die Kassanovas, wenn du schon im Studio bist? Also ich selber kenne dich nicht. Okay, deswegen hätte es sein können, dass du eine Frage an sie hast. Aber das Album, das bekommst du sicher. Und ja, gibt es vielleicht einen Musikwunsch oder so, den wir dir dann erfüllen können? Ein Musikwunsch. Gleich einmal ein Lied aus denen in jedem Bereich. Ja, ich verstehe dich leider ganz, ganz schlecht. Aber vielleicht magst du es der Regie noch sagen? Ein Lied von den Alpenkassanovas. Ein Lied von den Alpenkassanovas. Ja, daran arbeiten wir. Wir bemühen uns, dass wir noch ein Lied von den Alpenkassanovas zeigen in der Sendung. Jawohl. Das ist auf jeden Fall in Planung. Und du bleibst bitte noch ein bisschen in der Leitung. Ja, danke schön. Damit wir deine Nummer notieren können und dir die CD zuschicken können. Und ich möchte mich bedanken, ich habe meine erste CD von euch schon bekommen. Ja, super, gerne. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Danke, tschüss. Also unsere erste Anruferin, die hat sich jetzt schon das Album geschnappt von den Alpenkassanovas. Und ich glaube ein paar geben wir noch her. Also wenn sie möchten, sie können natürlich immer noch anrufen. Und ein Album von den Alpenkassanovas gewinnen. Ja und wir, wir sehen uns jetzt gleich nach der Werbung wieder. Eine Anruferin hat sich schon das neue Album von den Alpenkassanovas geholt. Und sie haben natürlich auch immer noch die Möglichkeit anzurufen. Und ein Album von den Alpenkassanovas zu gewinnen. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was von euch gehört. Und ihr habt auch Bilder mitgebracht, die ich jetzt gern zeigen würde. Gerne. Können wir die mal groß machen, dass wir ein bisschen über die Bilder reden können? Ja, da haben wir schon das erste im Hintergrund bei einem Auftritt von euch. Also so wie es da aussieht, sind wir da beim Nockalmfest mit dabei. Man sieht, dass bei uns wirklich auch auf der Bühne eine Post abgeht. Mhm. Das war ganz schönes Nockalmfest, gell? Das sieht man wirklich. Nockalmfest. Letztes Jahr? Nein, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war das schon, ja. Das war schon vor zwei Jahren. Tolles Fest gewesen. Frühschoppen. Viele Leute. Super Sache. Super Sache. Und das nächste Foto dann bitte? Ah, buntig. Aber Band für Steiermark war das so. Band für Steiermark? In Fürstenfeld ist das gewesen. Wann war das? Band für Steiermark, das war ungefähr drei Jahre, stimmt das? Drei Jahre. Ja, das war auch 2012. Ja, knappe drei, zwei Jahre. Zwei Jahre, Entschuldigung. Das ist ja, weil wir ja von VolksTV auch bei Band für Steiermark haben Interviews gemacht. Vielleicht schlecht. Ja, schade. Schade, dass wir uns noch nicht näher gekannt haben. Ja. Das ist ja in Zukunft nicht ausgeschlossen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Das würde uns sehr freuen, ja. Das war Band für Steiermark. Ja, ganz gut. Aber es schaut aus, als wäre es da kalt gewesen. Es war kalt und regnerisch. Und regnerisch. Aber wie wir fertig gewesen sind im Laufe des Abends war dann das Wetter auch wieder toll. Also wir durften leider nicht auf der Sonnenseite dieser Veranstaltung stehen. Aber bekommt man es dann auf der Bühne überhaupt mit, wenn es kalt ist und regnet? Man ist als Musikant immer mit etwas Arranin gespickt, weil man wirklich auch aktiv sein will. Und dann kennt man die Kälte eigentlich nicht so. Was man eher mitbekommt, das ist die Hitze. Und da hatten wir jetzt am Wochenende drei Auftritte und da haben wir sie wirklich merklich gespürt. Man hört das auch in unserer Stimme. Okay. Also die Hitze schlagt mehr auf die Stimme als die Kälte. Ja, zu kalt und geht eh nix mehr. Dann ist es auch mit den Fingern vorbei und sonstiges. Oh, okay. Ja. Aber zwei Fotos haben wir noch, glaube ich. Ja, genau. Das hat mich sehr beeindruckt. Da sieht man jetzt nur zwei, unsere zwei Jüngsten sieht man da. Also man sieht auch, dass wir sehr aktiv sind. In der heutigen Zeit ist ja alles möglich. Man ist mit Funk ausgestattet. Wir gehen dann eigentlich alle vier auf die Tische und auf die Bänke hinaus. Also ein kleines Highlight. Es ist ganz interessant. Es macht nicht viel Arbeit und nicht viel Umstände. Aber wenn wir uns dann auf die Bierbänke hinlegen und dann bei den Titeln mit den Füßen mitklatschen, geht das Publikum dann immer mit. Jetzt glaube ich, dass im Publikum das gefällt. Also mir gefällt das Foto auch sehr gut. Das ist eine super Idee. Ja, mal was anderes halt. Man soll und muss auch dem Publikum zeigen. Man ist aktiv, auch bei den Leuten unten im Publikum, nicht nur auf der Bühne. Und wie seid ihr eigentlich immer angezogen bei den Auftritten? Weil ich sie jetzt da, blau ist. Ja, also wenn wir jetzt eigentlich zwei, drei Tage unterwegs sind, man hat immer mehr an Kleidungssachen mit dabei. Das ist jetzt eigentlich unsere Originalkleidung, die wir jetzt auch wie auf der CD drauf haben. Mal schwarz, mal weiß. Und ja, wenn wir öfter unterwegs sind, wir haben noch karierte Hemden mit Lederhosen. So wie man sieht, so richtig knackig und kernig. Und wir passen uns eigentlich immer so. Das ist ja immer abwechslungsreich. Wir passen uns immer der Veranstaltung an. Mit den Alpen Casanova Shirts. So ist es. Und ein Foto, glaube ich, gibt es noch. Da sieht man euer Publikum. Ja, genau. Genau, das habe ich jetzt ausgesucht, weil man da sieht, dass da wirklich wahnsinnig viele Leute sind. Wo ist das? Das war in Niederösterreich, in Ulrichs. Kann das sein, gell? Das war in Ulrichs. Ja, man sieht, wie man dann auch schwitzt. Das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Man sieht auch, dass die Musik auch wirklich wahre Arbeit ist. Wir sind ja wirklich die in der Musikszene, die noch fünf, sechs Stunden am Abend auf der Bühne stehen und von ersten bis zum letzten Titel Vollgas geben. Natürlich in einer glücklichen Lage sind wir leider noch nicht, dass wir mit einer Dreiviertelstunde das Vielfache unserer Gas bekommen. Nach diesem tollen Auftritt heute bei dir. Wer weiß. Ja, wer weiß, was da passiert. Aber man sieht eben, Zeltfeste sind Arbeit und natürlich eine schöne Arbeit für den Musikanten. Und wenn so viele Leute sind... Darf ich mich kurz bitten, dass die Kamera nicht sieht, dass du ein bisschen rüber gehst? Selbstverständlich. Jetzt sieht sie mich wieder, gell? Genau, damit du auch im Bild bist bei uns. Nein, das ist... Ich glaube, ein bisschen noch. Passt so. Ja? Ja. Ich glaube, es passt ja. Das ist auch, da sieht man das auch. Das Wunderschönes für so viele Leute spielen zu dürfen und zu können. Aber es hat ja auch mit Herz dabei, das merkt man auch. Auf jeden Fall, ja. Solange das Freude und Spaß macht, merkt man das Publikum und das reißt es dann mit, wenn du so einen Zwang und Muss machen musst, dann ist es nicht mehr das, was man sucht, das gerne mit Spaß macht. Also, Sie haben es gehört, die Alpen Casanovas mit Spaß und Herz dabei bei der Musik. Bei uns geht es auch mit Spaß weiter, weil wir spielen gleich mit den Alpen Casanovas. Das Spiel ist das wahr. Willkommen zurück bei Volksinteraktiv am Mittwochnachmittag. Und unsere Regie, unsere Regie, die hat sich jetzt bemüht und wir hören im Hintergrund jetzt die Musik von den Alpen Casanovas, weil meine Anruferin zuerst ja gesagt hat, sie würde so gern was von den Alpen Casanovas hören. Also, jetzt nicht nur genau hinhören, was im Hintergrund läuft, sondern auch, was wir jetzt sprechen, weil ich habe es angekündigt, wir spielen jetzt das Spiel ist das wahr mit den Alpen Casanovas. Ich habe es euch zuerst schon kurz erklärt. Also, es geht einfach so, ich stelle fünf Behauptungen auf und ihr müsst dann raten, sind die wahr oder sind die falsch. Und für jedes richtige Raten gibt es einen Punkt. Ja? Da sind wir gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie viele Punkte ihr machen werdet. Ihr esst gerne Süßigkeiten? Man sieht es. Ja, das könnte jetzt von Vorteil sein, weil meine erste Behauptung ist, dass der Name der italienischen Nachspeise Tiramisu, der bedeutet übersetzt ziemlich hoch. Jürgen, glaubst du das? Tiramisu zieh mich hoch. Können Sie italienisch? Italienisch? Ja, Spaghetti. Spaghetti? Spaghetti, Pizza geht immer gut. Also, du sagst Nein, ich sag auch Nein. Ja, das ist gut, weil ihr müsst euch eh einigen, also beide Nein. Beide Nein. Wer war gewesen? Wer war gewesen? Ja, es war Tiramisu. Also, das nächste Mal im Gasthaus bestelle ich einen Ziemichhof. Genau, hast du einen Ziemichhof bestellt. Und dann denkst du dabei an mich, weil du es von mir gelernt hast. Süße Speise, süße Pfanne. Genau. Ja, vielleicht hat sie jetzt mehr Erfolg. Vielleicht hat sie gut in Geografie. Weil ich behaupte, die größte Stadt Afrikas ist Kapstadt. Das ist für uns der Wahnsinn. So, jetzt wird es interessant. Ich glaube auch nicht, gell? Ich glaube auch nicht, gell? Ich glaube das auch nicht, wir bleiben bei Nein. Richtig. Hast du eine Idee, welche die größte Stadt sein könnte? Afrika ist, ja. Ich weiß, dass es in Afrika die Grafen gibt und sonstige Lebewesen, die es bei mir in Möltal nicht gibt. Und ich glaube jetzt nicht zu wissen, wo die größte Stadt Afrika ist. Die größte Stadt wäre Nairobi. Nairobi. Hätten wir. Sollen wir mal spielen, gell? Wollen wir uns zeigen? Ja. Aber einen Punkt habt ihr, den ersten Punkt. Drei weitere könnt ihr noch machen. Ich behaupte jetzt, der Fachausdruck für Wappenkunde ist Philatelie. Für Wappenkunde. Philatelie. Boah. Das sind neue Begriffe. Das sind ja auch gescheite Gäste. Ja. Also da kann ich es nur raten. Keine Ahnung. Wirklich. Wir müssen uns rein. Philatelie. Sagen wir mal Ja. Ja. Sagen wir einfach mal Ja. Sagt's Ja. Wir sagen mal Ja. War erfunden. Super. Die Wappenkunde ist die Heraldic und Philatelie ist die Briefmarkenkunde. Okay. Aber ich gebe zu, das war jetzt schwer. Das war echt schwer. Das war echt schwer. Das war echt schwer, ja. Also. Nächste Frage. Wie heißt das? Millionenschon, ne? Millionenschon, genau. Verdächtig. Die nächste Frage, die wäre zumindest für mich, wäre die ganz leicht zu beantworten. Vielleicht für euch auch. Nämlich es geht um Schuhe. Als Pieptos werden Schuhe bezeichnet, bei denen die Schuhspitze offen ist. Pieptos. 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 Die brauchen sowas nicht, gell? Ja. Kann man da einen Telefonjoker verwenden. Schokerle. Wenn jetzt gleich wer anruft. Ja. Aber wir haben keine Schokerle. Aber. Gibt mir 50 Fuß. Du bist 50 und 50. Ihr habt schon 50, 50. War oder falsch? Ja. Ja. Sag mal nein. Bitte auch ein Wort Streifen. Ja. Sag mal nein. Pieptos. Vielleicht kannst du das hier ein bisschen übersetzen. Pieptos. Pieptos. Ja. Offen. Ja. Stimmt. Ja. Toast. 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 Ja. Passt. Offen. Piep. Ja. Ja. Gratulation. Ja. So. Entschuldige. Und ich habe sie mitgebracht. Pieptos. Deswegen habt ihr nicht unter den Tisch schauen dürfen. Schöne Schuhe. Ja. Man sieht. Schuhspitze ist offen. Extra meinen Schuhschrank durchwühlt. Damit ich euch die Pieptos zeigen kann. Du weißt nicht lange haben müssen suchen. Weil der wird ja voll sein mit so den Schuhen. Das könnte sein. Ja. Das könnte sein. Ich habe gedacht die muss ich euch mitbringen. Das ist sein jetzt. Den können wir noch mitnehmen als Erinnerung oder? Ja. Die Pieptos. Ja. Ich würde sie schon auch behalten. Vielleicht ziehe ich sie noch an. Ja. Okay. Können wir nochmal drüber reden. Ja. Alles klar. Ja. Zwei Punkte habt ihr. Ja. Drei. Könnt ihr noch machen. Macht ihr gern Sport? Ja. Zuschauen. Zuschauen. Okay. Es geht jetzt um verrückte Sportarten. Weil ich behauptet beim Kopfballtischtennis wird ein Gummiball mit dem Kopf auf einem Tischtennistisch hin und her gespielt. Kopfballtischtennis. Das kenne ich nicht. Das gibt es nicht. Ich habe es aber gesehen jetzt vor kurzem im Fernsehen, dass jemand mit dem Mund, der keine Arme hat, Tischtennis spielt. Kopfballtischtennis. Also verrückt ist die Welt schon. Moment. Der, was da mit dem Mund hat, hat die Tischtennischläger im Mund gehabt. Ja. Nicht nur mit dem Kopf. Das ist ohne Schläger, was du meinst. Ja. Na gut. Das gibt es nicht. Die Welt ist verrückt. Wohl. Na aber so verrückt. Nein. Nein. Er sagt nein. Ja dann gratuliere zu zwei Punkten. Wir haben hier ein Bild vom Kopfballtischtennis. Das ist super. Ja also das ist wirklich eine Sportart, die gibt es und da gibt es eine lustige Geschichte dazu, weil dieser junge Mann war im Schwimmbad, wollte eigentlich Fußball spielen, aber es war nur der Tischtennistisch frei und hat deshalb mit seinem Freund Kopfballtischtennis gespielt. Also vielleicht dieses Jahr im Freifahrt mal was anderes, oder? Die Welt ist verrückter als meine. Ja Gratulation. Zwei von fünf Punkten. Besser wie nichts. Ja besser wie nichts. Ja also ein bisschen Potenzial unter uns gesagt nach oben wäre das schon noch gewesen. Aber ich gratuliere den Alpen Casanovas natürlich ganz herzlich zu ihren zwei von fünf Punkten und dazugelernt habt ihr auch was. Ganz genau. Also es war nicht umsonst. Keine Fragen. Es war nicht umsonst und es geht auch spannend bei uns weiter. Also nach der Musik sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich, weil wir haben den nächsten Anruf für in der Leitung. Hallo. Hallo, ja grüß Gott. Ja hallo, mit wem spreche ich denn? Willfried. Willfried, habe ich das richtig verstanden? Ja genau. Ja ja schön, dass du anrufst. Haben wir uns schon mal gehört? Nein, noch nie. Noch nie. Und heute das erste Mal angerufen. Ja super. Ja genau. Super. Ja ich darf dir gratulieren Wilfried. Alpen Casanovas CD gehört dir. Ja. Ja super. Freust du dich? Ja natürlich. Wir hören ja gerne Volksmusik. Ihr hört gerne Volksmusik? Ja genau. Ja das ist super. Also gefallen dir die Alpen Casanovas auch gut? Ja. Ja. Das ist toll. Dann kannst du dich selber das Album freuen. Hast du vielleicht noch eine Frage an sie? Äh. Ja. Ähm. Okay, also jetzt habe ich nur Rauschen gehört. Deshalb sage ich zu dir einfach, bleib kurz in der Leitung, damit wir deine Daten aufnehmen können. Und dann kommt die Alpen Casanovas CD zu dir nach Hause. Danke für den Anruf Wilfried. Ja. Also Wilfried hat sich jetzt gefreut. Er hat gesagt, er hört sehr gerne Volksmusik und er freut sich schon sehr auf die CD und ihr gefällt es ihm auch gut. Das freut uns natürlich auch. Aber urteilen kann er sicher erst wenn er sie gehört hat. Aber ich glaube in guter Meinung, dass das auch passt. Ja. Also ihr steht es da natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zwei Drittel haben wir selbst komponiert. Also wirklich waren wir ein sehr großes Augenmaß drauf gelegt, dass wir das selbst machen. Natürlich haben wir auch ein paar Gastkomponisten und das passt. Eine gute Mischung ist immer in Ordnung. Mhm. Okay, also zwölf Titel insgesamt sind oben. Und ein Lieblingstitel von euch oder findet ihr einfach alles super? Ganz ehrlich gesagt, wir finden sie eigentlich alle super, gell? Genau so ist es. Es ist durch die Bank. Es ist sehr abwechslungsreich. Für mich gibt es auch keine speziellen Favoriten, weil es von ersten bis zum zwölften Stück einfach gut klingt. Na gut, was soll ich anders sagen? Ja. Trau die nicht. Nach dem, was ihr jetzt gesagt habt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der die CD nicht haben will. Also natürlich, die Alpenkasanovas, die bleiben noch ein bisschen bei mir und sie können immer noch CDs von den Alpenkasanovas gewinnen. Also rufen Sie an, wie Sie möchten. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind wieder zurück mit Volks Interaktiv und die Alpenkasanovas aus Kärnten sind noch ein bisschen bei mir und ich habe auf eurer Homepage gelesen, es gibt ja eine eigene Kategorie mit Highlights. Welche Highlights habt ihr denn schon erlebt? Ja. Gott sei Dank durften einige Highlights bei uns dabei sein. Jürgen, es hat mir am besten gefallen. Also eines der schönsten war sicherlich der Auftritt beim Nockhornfest, wenn du vor 5000 Zusehern spielen darfst und das Publikum voll mitfährt. Das ist einfach sehr eines der schönsten Momente gewesen, also Highlights gewesen, was ich erlebt habe bis jetzt. Ganz sicher schließe ich mich dir an. Und natürlich auch, wo wir bei Radio Kärnten bei der Musikparade an erster Stelle gewesen sind, das war auch ein totales Highlight von uns. Und ja, Gott sei Dank, es gibt noch, eigentlich ist jeder Auftritt, der glückt, ein Highlight. Aber das waren halt so die kleinen, feinen Heiden. Mit welchem Titel war das bei der Schlagerparade? Ja, das war der Titel, so ein Alpenkasanova. Das Video ist leider in Karawankentundel hängen geblieben. Das ist leider so schlimm. Und sind auch jetzt wieder mit dabei in Kärnten bei der Musikparade mit unserer Kennmelodie. Ist auch auf dem Album oben? Kärnig, frisch, echt, kärntnerisch. Kärnig, frisch, echt, kärntnerisch. Das erste Lied leider. Und da sind wir auf Platz 3 angestiegen und dann mittlerweile sind wir schon auf Platz 2. Und jetzt heißt das Daumen drücken. Heute am Abend die Entscheidung. Heute am Abend? Ja, dann müsst ihr mir aber Bescheid geben. Gerne. Wie es dann ausschaut. Auf jeden Fall. Unbedingt. Ja. Also soweit zu euren Highlights, eurer persönlichen, große Highlights. Ein Highlight steht noch bevor ein gutes bei uns. Und zwar heuer dürfen wir dabei sein am 17. Oktober in Meran in Südtirol beim Alpen Grand Prix. Beim Alpen Grand Prix. Genau. Und da sind wir auch vertreten mit einem Lied von uns eben, was auch auf dieser neuen CDU ist. Auch auf der CDU. Das müssen wir noch sagen, was das ist. Ein schöner Titel. Eigentliches Gegenstück von Zieh dich an und geh. Dieser Titel. Lass mich raten. Zieh dich aus und bleib? Richtig. 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 Ist absolut korrekt. Ok. Und den Titel, den werden wir in Meran zum Besten geben versuchen. Seid ihr vom Nockheim Quintett inspiriert worden? Es war eine kleine Inspiration. Dass ein bisschen ein kleiner Überlauf ist. Ja, dann muss ich dann gleich in die CD reinhören. Bitte gerne. Und mir das anhören. Ja, also das waren die Highlights von den Alpen Casanovas. Haben sich vom Nockheim Quintett auch inspirieren lassen. Waren beim Nockheim Fest dabei. Und das steht natürlich in Zukunft auch jede Menge an. Und was bei den Alpen Casanovas in Zukunft noch alles passieren wird, das erfahren wir gleich. Jetzt sind wir wieder da und ich habe es Ihnen versprochen. Die Alpen Casanovas, die erzählen jetzt, was in Zukunft noch bei Ihnen alles ansteht. Also, welche Projekte gibt es da noch bei euch? Ja, ich glaube einmal unser wichtigstes Projekt, das wir zur Zeit haben, das ist morgen in einem Monat. 20 Jahre Feier, 20 Jahre Alpen Casanovas mit großer Musikantenparade. Wenn ich etwas sagen darf, wer mit dabei ist. Ja. Die vier von der Kolbe das Ganze eröffnen. Waren auch mehrmalige Sieger bei der Kärnten bei der Musikparade. Dann die Melissa Naschmann, glaube ich, kennst du auch. Wird auch viel hier in VolksTV gespielt und gerne gehört und gesehen. Die Grafen, selbstverständlich ein Garant aus der Steiermark, auch bei euch im Programm. Last but not least, wie die Alpen Casanovas, leider noch nicht im Programm, aber wir werden uns jetzt einmal die Zeit nehmen und fleißig einmal arbeiten. Das war ein schönes Video dann zusammen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Natürlich uns auch sehr freuen und das findet dann am 12. Juli in Döllach-Guskirchen am schönsten Waldfestplatz meiner Meinung nach Österreich statt. Also wirklich Überdachung für mehr als 1000 Personen mit tollem Musikpavillon. Der Platz allein ist schon sehenswert. Das muss nicht immer ein Selt sein. Es gibt auch so gute, schöne Areale, wo es wirklich was hermacht. Ja, und vielleicht haben wir auch das Glück, dass wir gerade früher gesprochen haben, eine tolle Moderatorin auch noch dazu bekommen. Ja, also würde mich sehr freuen, wenn ich dann eure 20 Jahre Feier moderieren darf. 20 Jahre Alpen Casanovas. Und von dieser Stelle aus auch alle Musiker, die bei den Alpen Casanovas mitgewirkt haben, grüßen und danken, dass sie mit mir diesen Weg gegangen sind. Und ich sage auch vielen Dank an euch. Danke, dass ihr da wart. Wir müssen uns jetzt leider schon verabschieden. Schade. Und wir sehen uns beim Teleshopping wieder. Volksinteraktiv wieder zurück aus dem Teleshopping. Und ich habe sie schon angekündigt. Die Melanie Bayer ist jetzt bei mir im Studio. Melanie, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Lisa. Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und ich habe gesehen, du hast uns auch was mitgebracht. Ja, und zwar meine erste Single. Die ist gerade vor drei Monaten das erste Mal auf den Markt gekommen. Und ich bin sehr stolz, weil das Titel wird auch schon auf Radio Kärnten gespielt. Und dafür ein Dankeschön an Radio Kärnten. Und ja, ich bin ganz stolz drauf, muss ich sagen. Und der Titel heißt, was dich liebt, das neckt sich. Genau. Super. Also diese CD, die gibt es heute bei uns auch noch zu gewinnen. Also wenn sie möchten, sie können natürlich wieder anrufen und eine CD von der Melanie Bayer gewinnen. Und im nächsten Einstieg, da lernen wir die Melanie gleich noch ein bisschen besser kennen. Also bis gleich. Volksinteraktiv am Mittwochnachmittag. Und sie haben sie schon einmal kurz gesehen. Melanie Bayer jetzt bei mir im Studio. Melanie, jetzt erzähl uns einfach mal so, was genau du machst. Also du bist Sängerin. Ja genau. Ich habe vor, ja eigentlich Sängerin bin ich schon seit ich ganz klein bin, was ich mich erinnern kann. Und das hat im Kindergartenalter angefangen. Und zwar mit fünf Jahren habe ich schon überall Solo singen dürfen. Und irgendwann mit acht Jahren bin ich in das Zimmer von meiner Schwester geschlichen. Ich habe dann eine Claudia Jungt-CD entdeckt. Ich denke mir, was ist da? Und die habe ich jetzt reingetan. Und dann war ich einfach so begeistert von den Texten und auch vom Sound. Ja und da habe ich die Liebe einfach zum Schlager entdeckt. Und jetzt seit drei Monaten eben ist eben mein erstes Single. Und gleich so großen Erfolg damit gehabt. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin selber ganz dankbar für alles, was geschieht. Und auch die Auftritte, die ich habe. Also das ist wirklich. Ich war gerade beim Hafenfest eben auch. Und gleich nächste Woche bin ich mit der Franzin Jordi auf der Bühne in Bondsdorf beim Schlagerabend. Und einmal bin ich in Südtirol beim Sunrise Festival. Da sind die Kastleruter Spatzen dabei, wolkenfrei. Also bin ich wirklich sehr dankbar. Also steht einiges an. Bei dir läuft es gut. Seit wann bist du jetzt so aktiv in der Musikszene unterwegs? Seit drei Monaten. Seit drei Monaten. Genau. Und die Geisterung für die Musik schon in die Wiege gelegt, wie du erzählt hast. Ja, total. Also total. Also wir sind alle bei der Trachtenkabel. Ich spiele ein Klarinetten seit 14 Jahren. Und ich bin einfach immer schon musikbegeistert gewesen. Also deine Familie auch musikbegeistert? Ja, alle. Mein Papa, meine Schwester, meine Brüder. Du verlierst schon. Du verlierst schon alles. Entschuldigung. Dann sind wir alle sehr musikbegeistert, ja. Und heute dein erster Fernsehauftritt hast du mir anvertraut. Genau. Also das freut uns natürlich sehr, dass du deine Premiere bei VolksTV hast. Ich glaube den ersten Fernsehauftritt, den wird man sich halt nie vergessen. Ja, genau so ist es. Danke, ja. Wir haben ja auch schon jede Menge Fotos gemacht als Erinnerung. Genau. Gleich auf Facebook zum Singen auf meiner Schlager-Fansette. Genau. Also da kann man dann nachschauen, die Fotos, die wir gemacht haben, anschauen. Auf VolksTV werden wir natürlich auch noch einige Fotos posten. Und jetzt, wo du uns schon so neugierig gemacht hast, kündige ich schon ein bisschen an. Also die Melanie, die wird gleich was für uns singen. Und weil sie jetzt von der jungen Claudia? Claudia Jung. Claudia Jung, genau. Erzählt hat, spielen wir jetzt einen Titel von Claudia Jung. Und dann singt die Melanie Bayer für uns. Und dann singt die Melanie Bayer für uns. Und woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Gibt es Karma oder ist das alles mal vorbei? Falls es weitergeht und jeder nochmal lebt, würd ich ja gerne nochmal ganz was anderes sein. Ich streng mich jetzt mal richtig an. Vielleicht werd ich im nächsten Leben Mann. Mann, 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 Mann. Mein Plan fürs nächste Leben. Ich will die Welt als Mann erleben. Im Alter werd ich interessanter. Und was ich sage, noch brisanter, ja. Im nächsten Leben will ich die Welt als Mann erleben. Zwar wird mein Haar dann grau und dünner, doch meine Freundin dafür jünger. Ja, wenn ich wählen könnte, wär ich dann lieber Mann. Wir ziehen durch die Straßen und die Clips dieser Stadt. Das ist unsere Nacht für für uns beide gemacht. Oh, 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 oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut so wie ein Liebestattoo. Oh, 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 oh. Was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und ein Blick hat mir gezeigt. Das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus. Deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, 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 oh. Und bist du richtig süchtig? Haut an Haut, ganz berauscht. Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, 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 oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Atemlos. Oh, 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 oh. Lust pulsiert auf meiner Haut. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Oh, 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 oh. Also ich muss vor meinem Studiogast, vor der Melanie Beyer, wirklich den imaginären Hut ziehen, weil du hast wirklich so gut gesungen. Also Gratulation. Wow, dankeschön. Wirklich und so eine Energie und noch so mitgetaucht. Ich bin total begeistert. Dankeschön. Nein, das taucht mir einfach. Wenn ich singen kann, das ist einfach mein Leben. Ja, man merkt es. Also du strahlst es richtig aus. Danke. Dass es dich glücklich macht. Und du hast auch noch ein Musikvideo mitgebracht von dir. Welches denn? Irgle, von Was sich liebt, das neckt sich. Und das haben wir auf der Duracher Höhe gedreht. Und ja, schaut sehen. Okay, das sind wir natürlich auch schon neugierig, nachdem du so gut gesungen hast, wie das Musikvideo sein wird. Aber wahrscheinlich genauso gut. Also da kommt jetzt von Melanie Beyer der Titel, der auf dem Album oder auf der CD ist, die man heute noch gewinnen kann. Das können wir natürlich noch immer anrufen. Jetzt hören wir von Melanie Beyer, Was sich liebt, das neckt sich. Die Kalte Schulter Und ich lächelte nur und gab dir Kontrast So ging's den ganzen Abend hin und her Was ich lieb, das lächelt sich Hab ich mir gedacht Ich zeig dir erst recht nicht Nein, echt nicht Dass ich dich mag Wir sind wie Eis und Feuer Ein Wegespruch in sich Doch wer weiß Vielleicht bist du mein Gegenstück Ja und ganz treue Volksinteraktiv-Zuseher Die wissen ja schon, dass es bei mir in der Sendung Immer ein Foto von einem besonders spektakulären Urlaubsort gibt Diesmal habe ich wieder was ganz Besonderes rausgesucht Nämlich ein Foto von einem Restaurant Das unter dem Meeresspiegel liegt Ich habe zwei Fotos vorbereitet Das sehen wir jetzt schon das erste im Hintergrund Das ist auf den Maldiven Und dieses Restaurant Wenn wir es jetzt gleich groß machen Wenn Sie es noch besser sehen Genau, das ist unter dem Wasser Also fünf Meter unter Wasser Und 14 Gäste haben dort Platz Und man kann da wirklich Hat einen wunderschönen Ausblick auf das Riff Auf die verschiedenen Fischarten Ja und Die Küche dort ist europäisch und asiatisch Also es dürfte für jeden Geschmack was dabei sein Und was auch interessant ist Man fragt sich ja Wie kommt man denn dann da runter zu diesem Restaurant? Ja das sehen wir jetzt hinten wieder eingeblendet Es gibt dort einen Steg Und da kann man eben auf einer Wendeltreppe nach unten gehen Bis man fünf Meter unter dem Meer dann ist Ja das Restaurant das ist vor zehn Jahren gebaut worden Und die Konstruktion die wird noch circa zehn Jahre halten Bis sie dann leider zerfällt Also wer dort essen will Der soll sich beeilen Der soll vielleicht schon bald einen Urlaub auf den Malediven buchen Wenn du jetzt wohl das gesehen hast Wäre das was für dich? Ja auf jeden Fall Das ist absolut mein Traumurlaubsziel Aber ich glaube wenn ich in dieses Restaurant gehe Nehme ich eine Tauhausrüstung mit Für alles verletzt Früher einstehen So ist es ein Traum Wirklich schaut super aus Aber ja ein bisschen skeptisch Ich habe mich beim Raustuchen Das wäre wirklich mal was Und wenn man dann weiß Das steht nur noch zehn Jahre Da fängt man schon ein bisschen an zu planen Genau Also Malediven wäre was für dich? Oder warst du schon mal dort? Ja auf jeden Fall Nein ich bin noch nie Ich muss ehrlich sagen Ich bin noch nie geflogen Ich bin eher so ein Italien-Fan Also wir haben uns voriges Jahr in Jesulo verliebt total Und für die italienische Mentalität taugt man einfach Weil bei uns auch viele Italiener Urlaubs sind In Bad Kleinkirchen und Ebene Reichenau Und nein ist einfach Da taugt man einfach Und das ist nicht weit weg Das stimmt Da kann man auch mal einen Tagesausflug aufmachen Genau Und kannst du Italienisch auch? Ganz ein bisschen Wenn ich jetzt sage Komm es dein? Oh nein Oh nein Okay Ich kenne mich mehr ab Welche Tränke da essen Aber sie war keiner Ah okay Das muss ja reichen Oder? Ja genau Und du hast gesagt In Italien habt ihr euch verliebt Also du und dein Mann Ja Und du hast mir was erzählt Was heute ist Ganz was Besonderes Genau Wir haben heute unseren dritten Hochzeitstag Und Schatz An dieser Stelle wünsche ich dir auch In diesem Sinne noch einmal Alles Gute zum Hochzeitstag Ich liebe dich Das ist aber nett Von dem gesamten VolksTV Team Natürlich auch alles alles Gute Dankeschön Zum Hochzeitstag Und bleibst so glücklich Wie ihr seid Das haben wir auf jeden Fall Danke Also eine wirklich wunderbar Gut gelaunte Melanie Bayer An ihrem Hochzeitstag Heute bei mir im Studio Und gleich Da erzählt sie uns Was bei ihr in Zukunft Noch alles so ansteht Ja jetzt haben wir sie noch mal gesehen Die Claudia Jung Weil mein Gast heute Die Melanie Bayer Hat mir ja schon zuerst erzählt Dass sie schon mit acht Jahren Oder so Genau Zur Claudia Jung mitgesungen hat Ja genau Deshalb extra für dich noch mal gespielt Dankeschön Ja Melanie Wir müssen uns ja leider schon verabschieden Aber was mich noch interessiert Was steht denn bei dir jetzt noch an in Zukunft Wo kann man dich denn sehen Ja also ich habe jetzt noch einige Auftritte Und zwar eben wie schon vorher gesagt Nächste Woche beim Schlagerabend In Bonsdorf Zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe Und da stehe ich mit der Franzin Jordi schon Auf der Bühne Und danach ein paar kleine Kierheim Da ist eine Drehleitereinweihung Ja und das geht eigentlich immer ganz gut weiter Einmal bin ich ja in Südtirol Beim Sunrise Festival Mit die Kasselruter Spatzen Mit Wolken frei Und ja So geht es immer weiter Und die restlichen Termine Habe ich auf meiner Homepage Das ist www.melanie-bayer.com Und ich würde mich total freuen Wenn Sie auf meiner Facebook-Schlagerseite Vorbeischauen würden Und natürlich über ein Gefällt mir Würde mich noch mehr freuen Danke Also auf Facebook einfach Melanie Bayer Schlagersingerin Schlagersingerin Und nochmal www.melanie-bayer.com Damit sich auch wirklich jeder merkt Ja Melanie Danke dass du heute da warst bei uns Also du warst wirklich ein ganz ganz toller Gast Hat mich sehr gefreut Dankeschön Immer sehr gefreut heute Dass ich bei dir sein darf Dankeschön Dankeschön Ja also Melanie Bayer Jetzt leider schon weg Ein Einstieg steht Ihnen noch mit mir bevor Also bis gleich Ja das waren jetzt fast drei Stunden Volksinteraktiv am Mittwochnachmittag auf VolksTV Ich hoffe es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir Ich habe heute wieder ganz 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 tolle Gäste gehabt Zuerst waren bei mir die Alpen Casanovas Also der Jürgen und der Ecki Und jetzt auch noch die sympathische Melanie Bayer Wir sehen uns am Abend um 20 Uhr schon wieder in der Volksbox Und ich würde mich freuen wenn Sie natürlich da auch einschalten Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis später Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal